Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die drei Vereine, die früher relativ erfolgreich waren und heute nicht mehr existieren. Teil 3. Nummer 1, der erste FFC Frankfurt. Der erste FFC Frankfurt war ein deutscher Frauenfußballverein aus Frankfurt am Main. Der Verein gewann viermal die UEFA Champions League, siebenmal die deutsche Frauenmeisterschaft und neunmal den DFB-Pokal. Damit ist der erste FFC Frankfurt der erfolgreichste Frauen-Bundesliga-Club der Geschichte in Deutschland. Dann kommt die Saison 2008-09 und der Verein verliert viele gute Leistungsträgerinnen und damit auch den Verlust der Vorherrschaft in der ersten Frauen-Bundesliga. Nach dieser Saison, nach der Saison 2008-09, gewann der Verein kein einziges Mal mehr die deutsche Frauen-Bundesliga. Okay, der Verein gewann 2014-15 noch einmal die Champions League und gewann noch zwischendurch zweimal den DFB-Pokal. Aber langsam gesehen, dass ab der Saison der erste FFC Frankfurt langsam, langsam ab der Saison 2016-17 ins Mittelfeld abrutscht. So ist auch passiert, der Verein entwickelte sich langsam zum mittelklassigen Frauen-Bundesliga-Club und ja, nach der Fusion mit Eintracht Frankfurt wurde der Verein am 27. August 2020 exakt 22 Jahre nach der Gründung aufgelöst. Nummer 2. Metallist Schakiv Der FK Metallist Schakiv war ein ostukrainischer Fußballverein aus der Ukraine. Der Verein wurde als ukrainische Werksmannschaft eines lokalen Eisenbahnwerks gegründet. Zur Saison 1960 schaffte die Mannschaft den Aufstieg in die oberste Spielklasse der Sowjetunion, wo man in der Saison 1961 den sechsten Platz belegen konnte. 1988 konnte der Verein in der UdSSR einmal den sowjetischen Pokal erringen. Der Verein wurde im Jahre 1992 nach dem Zerfall der Sowjetunion Gründungsmitglied der ersten ukrainischen Liga. Man wurde in der ukrainischen Erstliga aber nur einmal Vizemeister. Aber einmal Vizemeister mehr als das Real Madrid in der Ukraine erreicht hat. Also das muss schon gut sein. Auf internationaler Ebene kam man 2008-09 ins UEFA Pokal Achtelfinale und 2011-12 kam man sogar ins Europa League Viertelfinale. In der Spielzeit 2012-2013 konnte das Team aus Schakiv durch den Gewinn der ersten Vizemeisterschaft den großen Erfolg der Vereinsgeschichte feiern. Da sich Metalist in der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Schemzig 2013-14 gegen Pauk Thessaloniki durchsetzen konnte, qualifizierte sich die Mannschaft sportlich für die Playoffrunde und als Gegner wurde der FC Schalke 04 ausgelost. Allerdings hatte die UEFA gegen Metalist Schakiv aufgrund einer Verwicklung des früheren Sportdirektors, irgendjemand dessen Namen ich nicht aussprechen kann, Karos Snuff, hat in einem Manipulationsskandal im Jahr 2008 bereits ein Disziplinarverfahren eröffnet und am 14. August 2013 disqualifizierte die Einspruchskammer der UEFA den Verein für alle Europapokal-Wettbewerbe der Saison 2013-14. Der Einspruch vom Metalist Schakiv wurde vom Internationalen Sportsgerichtshof abgewiesen. 2014 setzte sich der Besitzer des Vereins Kurtschetsko aufgrund des Krieges in der Ukraine nach Russland ab. Der Verein wurde insolvent und war nicht mehr in der Lage, seine Spieler zu bezahlen. Der Verein wurde deshalb nach der Saison 2015-16 vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Und am Ende wurde der Verein auch nun aufgelöst. Es gibt noch zwei Nachfolgevereine, der SK Metalist Schakiv und der FC Metalist 1925 Schakiv. Nummer 3 Lirse SK Der Lirse SK war ein belgischer Fußballverein aus Lier in der Provinz Antwerpen, der am 6. März 1906 gegründet wurde. Die Vereinsfarben des Klubs sind gelb und schwarz. Der Verein gewann viermal die belgische Meisterschaft, zweimal den belgischen Pokal und zweimal den Supercup. Der Verein spielte auch elfmal international, davon zweimal in der UEFA Champions League. Am 9. Mai 2018 meldete der Verein Insolvenz an. Und der Verein, der belgische, frühere, erfolgreiche Klub, wurde nun aufgelöst. Welche Vereine kennt ihr noch? Das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.